Viren, Trainer und CSGO-Cheats. Das ist etwas, was viele Leute programmieren wollen, wenn sie anfangen. Und für die Spielentwickler ist es natürlich oberste Priorität, das zu verhindern. Und wir wollen uns heute eine Library angucken, eine Bibliothek in Python, einer Programmiersprache. Falls ihr sie nicht kennt, dann bitte die komplette Playlist bei mir auf dem Kanal angucken. Ich verlinke euch die auch in der Endkarte. Und ja, mit PyMem könnt ihr genau das machen. Ihr könnt Code in eine Executable unter Windows injecten. Das bedeutet, ihr könnt quasi einfach Code ausführen, der da vorher halt nicht da war. Und das ist schon sehr, sehr angenehm. Vor allem, wenn man zum Beispiel Funktionalität erweitern möchte. Zum Beispiel für Dinge, die man eigentlich so nicht anfassen kann davor oder auch Sachen auslesen möchte. Und ja, ist auch ein wichtiges Tool für die Polizei natürlich. Forensik und so weiter, ist klar. Und eben auch zum Verständnis, wie machen die ganzen Spiele-Cracker da eigentlich sowas. Okay, was ihr natürlich braucht, ist erstmal PyMem. Das installieren wir mit pip 3.8 in unserem Fall oder in diesem Video verwende ich Python 3.8. Ihr könnt das aber mit jeder Python 3 Version machen. Also in den meisten Fällen reicht euch ein Pip. In meinem Fall ist es pip 3.8. Install PyMem. Und ist natürlich bei mir schon installiert. Und damit könnt ihr eigentlich schon direkt loslegen. Es ist tatsächlich gar nicht so schwer. Kleiner Disclaimer hier. Ich kann euch natürlich kein CSGO oder irgendein Spiel zeigen. Das widerspricht eigentlich gegen die AGB. Deswegen, ja, machen wir das an einem Beispiel, um zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und das ist zum Glück auch noch relativ einfach. So, zunächst einmal brauchen wir die Libraries PyMem, OS und Subprocess. Wenn ihr die nicht kennt, bitte einmal, also abgesehen von PyMem, das behandeln wir hier gerade. Aber ansonsten, wenn ihr die beiden nicht kennt, bitte einmal kurz meine Python-Playlist anschmeißen und dort mal reingucken. Und ja, was wir machen, ist als allererstes, wir starten einen Notepad-Prozess. Und das heißt, wir schreiben uns das Ganze in eine Variable rein. Subprocess.p.open öffnet euch einen Prozess, beziehungsweise führt etwas aus in der Command-Line. Oh, macht das weg, komm. Und wir wollen in unserem Fall Notepad.exe öffnen. Das ist im Endeffekt der ganz normale Windows-Editor. Ich kann euch das ganz kurz zeigen. Wenn wir das jetzt starten, dann öffnet sich eben hier der Windows-Editor. Und ist nicht wirklich was Magisches oder sowas. Aber wir haben eben den Editor offen, sozusagen. Und auf den greifen wir jetzt mit PyMem zu. Das heißt, wir injecten jetzt Code in unseren Notepad.exe. Und das ist etwas, was Viren sehr, sehr häufig machen. Die verstecken ihren bösen Code, sozusagen, in einer anderen Executable. Und die wird dann vom Nutzer ausgeführt. Und dadurch führt man den bösen Virus sozusagen aus. Und eben mit PyMem macht ihr genau das. Das heißt, wir sagen hier, ich nenne es einfach mal Pim. Oder nee, nennen wir es einfach mal Mem. Ist gleich, und wir machen das Ganze mit PyMem.pymem. Und müssen hier angeben, in welchen Prozess wir uns eigentlich injecten wollen. Das machen wir natürlich mit Notepad.exe. Achtung, hier müsst ihr nicht die Variable Notepad angeben. Denn man kann sich auch an Prozesse antatschen, sozusagen, also attachen, anhängen, die man eigentlich selber nicht gestartet hat. Also ihr müsst die ganzen Prozesse nicht über Python starten. Bietet sich hier natürlich nur an. Weil dann können wir sicherstellen, der Prozess ist auch wirklich offen. Und da. Okay, was kann ich als nächstes damit machen? Nun, jetzt kann ich hier einfach hergehen und mir einen Python-Interpreter aninjecten. Das heißt, ich kann hierher gehen und sagen, Mem.injectPythonInterpreter. Ich kann auch Shellcode injecten, machen wir nachher kurz. Ja, Mem.injectPythonInterpreter macht eigentlich schon genau das, was wir brauchen. Und was wir jetzt machen ist, wir schreiben uns das Ganze in eine Datei, ohne dass der Nutzer irgendwie mit Notepad.exe interagieren muss. Okay. Das heißt, wir schreiben uns jetzt eine Datei, die wir hier drin speichern. Machen wir folgendermaßen. Mit File ist gleich, oder eigentlich ist es erstmal der Path, der zu der Datei zeigt. os.path.join, os.path.apps.path und wir nehmen einfach den aktuellen Pfad. Nehmen wir den? Ich würde sagen, wir nehmen wieder mal, wir haben wieder keinen passenden Ordner. Ich würde sagen, ich missbrauche wieder mal Audio. Und packen da hinten dran einfach mal eine Datei namens Injected. Injected.txt. So, diese Injected.txt, die füllen wir jetzt, ohne dass man irgendwie reagieren muss, mit Code oder mit irgendwas, was man eben da reinpackt. Wir sagen hier einmal File, beziehungsweise besser gesagt Path ist gleich Path.replace. Wir machen jetzt einen Ersetzen von Slash auf Doppel Slash, damit das Ganze auch funktioniert. Für die, die es nicht kennen, dieser, also dieser Backslash hier und dieser Backslash, die tun einfach quasi nur das hier wirklich als Backslash interpretieren lassen. Also, sie sagen hier im Endeffekt, ey, wenn da ein Backslash drin stand, macht zwei draus. Nur muss man die halt einfach in diesem String mit einem Backslash maskieren und deswegen sieht das so komisch aus. Lasst euch davon nicht abschrecken. So, und ja, jetzt können wir hier tatsächlich Shell-Code reinschreiben. Und zwar, Shell-Code im Endeffekt ist Code, den wir bauen und der dann in diese Injected-Datei, also in diesen Injected-Prozess in diesem Fall, Notepad.exe, ausgeführt wird. Das heißt, nicht wir führen diesen Code aus, sondern Notepad.exe führt diesen Code aus. Und das ist die große Magie da hinten dran sozusagen. Ups, das sollte kein Fragezeichen sein, sondern ist gleich. Der Shell-Code ist im Endeffekt auch bloß ein ganz normaler Code, ein ganz normales Codefragment. Und, naja, wir machen den jetzt als Multi-Line-String, damit wir halt eben den Code so schreiben können, wie wir das auch in Python machen würden, damit wir uns nicht verwirren lassen. Okay, also erstmal sagen wir hier, wir öffnen eine Datei, open, und ja, die Datei, naja, wir wissen nicht, wo sie ist, beziehungsweise wir wissen den Dateinamen noch nicht. Das machen wir nachher mit einem Formatieren sozusagen, damit wir das hier nicht eintragen müssen, weil das ein bisschen umständlich ist. Und wir wollen die Datei schreibend öffnen. Ja, also sagen wir hier als Schreibmodus W+. W+, bedeutet, wir hängen an. Und, beziehungsweise wir können auch noch mehr damit machen. So, und hier wollen wir jetzt einfach nur die Datei schreiben, f.write. Und was wollen wir in diese Datei reinschreiben, ohne dass wir mit dem Notepad.exe jetzt interagieren oder sowas? Wir wollen einfach nur reinschreiben, hello, I'm injected. Oder zu Deutsch, hallo, ich wurde injiziert. Wie eine Spritze oder sowas. Und dann sagen wir hier f.close. Was die Datei wiederum schließt, ja. Aber das hat nichts mit Notepad.exe zu tun. Das ist einfach Python-Code. Das ist ganz valider Python-Code, den wir quasi als Notepad.exe am Ende ausführen. Und das ist das Coole dabei. So, jetzt ersetzen wir das Ding hier noch durch die Datei, die wir wirklich haben wollen. Das heißt, wir sagen hier .format, damit wir das sozusagen ersetzen können. Und packen hier unseren Dateipfad rein. Das heißt, wir sagen hier Path kommt da rein. Und damit haben wir hier diesen Pfad hier rein kopiert. Okay. So, was wir jetzt machen, ist im Endeffekt, wir führen diesen Shell-Code aus. Das heißt, wir sagen hier mem.inject.py von Shell-Code. Und hier kommt natürlich als Parameter der Shell-Code rein. So, und ja, was dann passiert, ist im Endeffekt, wir können auch Notepad.exe wieder abschießen, sozusagen. .kill, ja, aber das müssen wir nicht machen. Also wir müssen uns nicht mal hier an Notepad.exe ran tasten, sondern wir sagen einfach nur, ey, öffne mal bitte diese Executable, diese ausführbare Datei oder diesen Prozess, der gerade am Laufen ist. Und führe mal diesen Code hier aus. Und das war schon fertig. Das ist, das hier oben drüber ist quasi Bonus, damit wir sozusagen auch wirklich den Prozess haben. Ich lasse den jetzt nochmal kurz laufen. Und wir sehen hier, es ist eigentlich nicht wirklich was passiert. Wir haben nur ganz kurz mal was gesehen. So bling und dann war es da. Aber auf einmal haben wir hier ein Injected.txt. Und ihr erinnert euch, ich habe die Datei Injected.txt genannt im Ordner Audio. Und hier drin sollte jetzt also Hello, I'm Injected stehen. Gucken wir uns mal an. Und da steht Hello, I'm Injected. Das ist ziemlich, ziemlich gefährlich, denn damit könnt ihr wirklich viel machen. Wir gucken uns nochmal das Ganze an, was passieren würde, wenn wir hier die Notepad.exe nicht mehr schließen am Ende. Das heißt, ich führe das nochmal kurz aus. Wir sehen, ich tippe hier nicht, ich speichere auch nicht unter Notepad.exe. Ich mache hier eigentlich gar nichts mit Notepad.exe, sondern ich führe den Code in Notepad.exe aus und habe dann am Ende die Hello, I'm Injected. Ich lösche die nochmal kurz, um es euch auch wirklich zu demonstrieren. Macht das hier zu. Und die brauchen wir eigentlich hier unten nicht. So, starten wir das Ganze nochmal. Achtung, die Injected.exe sollte eigentlich wechseln. Verziehe, ich komme. Achso, ja, jetzt weiß ich, was das war. Ich möchte natürlich hier kein Refactoring durchführen, sondern ein Delete und dann natürlich kein Save-Delete. Die kann einfach weg. So, und jetzt, also Achtung, die Datei ist weg. Wir injecten in Notepad.exe, den wir selber gestartet haben und können hier dann einfach Code ausführen. Aber wir sehen gleich, das Ganze ist da. Ja, also hier die Hello, I'm Injected ist da, ohne dass wir irgendwie irgendwas mit dem Notepad.exe gemacht haben. Ihr seht hier oben unbenannt. Das heißt, die Datei wurde noch nicht gespeichert. Hier steht kein Text drin oder sowas. Und trotzdem wurde dieser Python-Code hier ausgeführt. Hochgradig gefährlich. Wie gesagt, die meisten schreiben damit irgendwelche Cheats für Spiele oder sowas oder Trainer. Da ist ein bisschen noch mehr hinten dran. Man muss sehr viel ausprobieren. Deswegen eignet sich das eher bedingt gut als Tutorial, sage ich jetzt hier mal. Aber man kann damit auch eben sehr gut Viren verstecken, die sich dann einfach woanders anführen. Denn Notepad.exe würde eigentlich in den meisten Fällen nicht als bösartig betrachtet werden. Aber es kann auch bösen Code ausführen, auch wenn dieser Code hier natürlich nicht böse ist. Das heißt, was kann man zur Abwehr machen? Naja, man muss natürlich nicht davon ausgehen, oder man darf nicht davon ausgehen, dass eine ausführbare Datei generell gutartig ist. Denn, naja, es kann eben auch einfach mal Code da rein injected worden sein. Und schon kann diese Datei plötzlich auch böse Dinge tun. Also stellt euch vor, ich hätte jetzt zum Beispiel eine Ransomware hier reingetan in Notepad.exe. Das wäre nicht gut gewesen. Und deswegen muss man hier sehr, sehr vorsichtig sein. Klar, dann würde das hier höchstwahrscheinlich als bösartig durchgehen. Und hoffentlich auch nicht mehr von was auch immer erkannt werden. Beziehungsweise hoffentlich wird es dann erkannt werden. Aber trotzdem muss man vorsichtig sein. Okay, ja, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Rumprobieren sozusagen. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis zum nächsten Mal.